Hi, hier ist Kamal von TechStage und wir sind hier gerade bei Zenglet, dem Hersteller von smarten Glühbeln. Deren neuestes Produkt ist das Snap mit E27 Gewindefunk. Das Produkt kombiniert ein effizientes LED-Leuchtmittel mit einer drahtlosen HD-Kamera für Überwachungszwecke. Die Lampe hat eine Lichtstärke von 810 Lumen und eine Temperatur von 3000 Kelvin. Der Verbrauch liegt bei 14 Watt. Bei einer täglichen Nutzung soll sie Kosten in Höhe von 2 Euro pro Jahr verursachen. Die Lebensdauer der Snap wird mit 25.000 Stunden angegeben. In dem 4,7 Zoll großen Durchmesser wurde neben einer Lampe auch eine 1080p Kamera mit einem Weitwinkel von 140 Grad eingebaut. Sie streamt Live-Bilder, Bewegungsbilder, Nachtaufnahmen sowie eine zweiseitige Sprachkommunikation auf einem Android oder iPhone. Die Verbindung läuft über schnelles WLAN 802.11ac mit 2,4 und 5 GHz mit zwei MIMO-Anternen. Die Senglet Snap kann auch Benachrichtigungen oder Alarme von Ereignissen signalisieren. So sieht der Besitzer beispielsweise in der Küche, dass etwas Neues auf seinem Smartphone eingegangen ist. Die smarte Glühbirne soll im ersten Quartal 2016 für rund 150 US-Dollar auf den Markt kommen.